Willkommen zurück zu Dirty Bomb. Wieder Stopwatch-Modus, diesmal auf Trainyard. Und mal wieder sind wir nicht in einem Team. Ich nicht. Nee, aber ich versuch zu wechseln. Vielleicht schauen wir es jetzt noch. Vielleicht. Aber ich glaub nicht dran. Glaub irgendwie nicht dran. Aber ich hoffe, die Team ist los. Oh doch 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 doch. Oh nein, es kommen rüber. Sind schon da. Sind schon da. Wow, ich war nicht schnell genug. Und dann lasst sie die Binary Detonator zu den Chopper. Ich will trotzdem noch darüber. Können wir zwei noch paar Leute joinen, bitte? Ähm, müssen wir mal gucken. Vielleicht joint einer bei dir? Defend die bloody Trackswitch! Nun haben wir noch 15. Mhm. Warte auch eigentlich nur drauf, dass es... Oh wow, ich wurde hier hinten schon von dem Heartbeat entdeckt. Ich bin grad mal zwei... Ich bin grad mal zwei Meter aus meiner... aus meiner Tür gelaufen, muss ich sagen. Mein Heartbeat liegt halt gut. Mein Heartbeat liegt halt gut. Oh, das war es nicht mal du. Ähm, gut. Du kannst ihn sehen. Ich bin grad gegen den Unsichtball-Dippen... Nö, 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 nö. Bei einem anderen. Der hat sich aber, glaub ich, auch von dem Dick ficken lassen, so. der Fall doch ein bisschen ja ich hab dich gefunden Aix bros killed Aix bros Digga ich war reingezoomt und ich hab einfach abgezogen es war zum Glück ein Headshot, sonst hätt's nicht hundert Punkte du bist aber einfach eine Doom vorbeigelaufen ey was mann ja ja warte wo chillst du denn bitte wieder? nirgends bin dead ja aber... oh mein game ist schon wieder zugegangen jedes mal selber ich hab das jetzt nur dich gesagt mehr Leute gab's noch nicht hier die sterben immer alle irgendwo anders ja die sterben alle beim C4 glaub ich irgendwo ne da guck ich die ganz netten da ist und da ist jetzt noch keiner aufgedracht außer eben ne Aura oh shit ok ok ich hatte schon kein Leben mehr oh da kommt noch einer von euch da kommt noch so n Drecksack ich weiß ganz genau ich hab den doch gesehen wow die drückt mal einen Shot mit der Shot mit der Kotze in my face und ich bin dead hallo wenn ich jetzt meiner Resen kiel Resen kiel ich hab mich lieber selbst getötet bevor es irgendein teammate von dir tut man lag da so mitten drauf lag da so mitten drauf doch bestimmt wieder von dir erstmal lieber Hardbeat zu tun aber ich weiß nicht wo dein Hardbeat liegt oh der scheint mich wohl immer zu entdecken der liegt jetzt genau hinter dir das ist nicht so schön der lag jetzt erstmal sonst liegt der außerhalb von dem Fenster ich hab hier hier hab ich hier mittlerweile oh das ist es oh wow oh wow oh wow oh wow nice one jetzt ich hab vier Schüsse da liegen bei der Kräger vier Schüsse Hi Baby ich hab nur gesehen von wo es schieß ja es war nicht so schwer nachdem ich alles verengt hatte aber wirklich alles was du hast da verengt wir haben vier Schüsse da und der Punkt vor uns natürlich kann sein dass wir uns immer irgendwo so knapp an derselben Stelle treffen ja ja ich hab da wo ich mir bin die Kräger ich hab da wo ich mir bin die Kräger ich hab das nicht berufe ich hab das nicht 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 ich will wieder hier rein wo ist dieses scheiß Ding man wo liegt dieses scheiß Ding rum ich hab's nur gehört wie es macht ich hab das nicht ich nicht gut auch nicht eigentlich ich wollte noch bisschen Spaß mit dir haben den wirst du nicht haben, so lange ich dich kippe mit der Trott an hier mal stimmen oh, still kratzen oh, sie killt sich halt lieber instant bad boah, elekst halt so, dass du dich treffen kannst, mann wenn ich sowas seh, ey, da krieg ich schon wieder Kotze ja, genau den meine ich wahrscheinlich oh, ich hätte ihm da die XP nicht geben müssen oh, der Typ hat auch keinen Aim und der trifft ihn trotzdem im Headshot und der hat den nicht einmal in Kopf gesiert sowas musst du nicht verstehen, Alter wenn das Spiel an sich einfach meint ja, komm, das war ein Headshot, obwohl es gar keiner war boah, der hat mich so schön gesetzt von mir boah, ich weiß, wo es rum geht hier hin? keine gute Idee ja, du hast meinen Platz angenommen das bin ich immer ich weiß, deswegen bin ich da hingelaufen ich hab nur gewartet, dass der auftaucht wahrscheinlich ich hab mich erst mal umentschieden ich wollte dich eigentlich direkt mit der Pizze finishen aber dann dachte ich mir so, ne, einmal versuch, den den verknatter zu treffen genau so wie den dude der killt sich auch immer instant bad den kannst du gar nicht finishen der Typ war so geil der hat noch dreimal hinter dir getebeutelt oder so und dann hat er dich abgestochen ja, der ist Smurf, man der ist mit 6, der kann nicht so gut sein der hat mich auch letzte Runde rausgegeben das ist diese Hacking Aura die gibt dir, wenn du die kriegst die macht nur Headshots aber ich bin in der Position 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 ja, okay nice dann sie planten auf der Blocker-Carrange defuse es ja, ich hab den Heartbeet auf dem Fall ja, ich hab den Heartbeet auf dem Fall ja, da kriegst du natürlich wieder Verstärkungsmomenten was? was? ein Scheißniss in die Typen stimmt nicht ich ich werd von der Ranger verfolgen ich bin schlimmer ah, ich wusste, dass du die Granate droppen willst ich glaub, ich hab schon seit Ewigkeiten nicht mehr so behindert geneift, man wir sind grad zehnmal im Kreis gerannt dieser Typ und ich und am gegenseitig versucht uns abzuneifen das war das eine das war das eine das ist ein Scheißniss das ist ein Scheißniss das ist ein Scheißniss ich hab gesehen, dass da jemand steht ja wir sind leider mal nicht alleine ja, einmal sind wir nicht alleine noch einmal? ich hab mir mal gedacht stimm mal meine Freunde mit die helfen mir die helfen ja auch zu zweit vor allem haben sie sich ganz mal Granaten nach mir geschossen wow, der Heartbeet da unten bringt mir echt scheiß Zeit, man aber ich hab so das Gefühl, wenn du einmal über die zu nah bist mit der Piste dann ist es vorbei ja, aber ich weiß nicht Piste macht schon die macht schon Schaden so ist der nächste ja, aber das bringt ja nichts wenn du gegen jemanden spielst der dir rum bist dann geht nicht mehr boah, ich wette ich lauf gleich wieder einfach mitten in euren Spawn rein so richtig gefühlt mh, kommt drauf an wo du bist aber bis jetzt sehe ich noch ich bin am Arsch der Welt glaubt mir das ich bin echt am Arsch der Welt hm hm ich hab noch keinen von euch hier angebung ich weiß nicht heute gar nicht das gefällt mir eigentlich nicht oh mein Gott oh mein Hartbeet liegt auf der Fensterbank ok, der deckt nicht so viel auf aber ich fand's geil dass den auch die Fensterbank platziert bekommen haben weil da sollte der hin ganz doch nice oh, ich werf den mal lieber da runter oh, das ist für den Biss 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 gut, gerade auf jeden Fall entdeckt ja, da ist auch eben so ein Rasini mit dem Paket angelaufen das kriegen wir gerne oh was das ist wirklich einfach von hinten mit dem Katana erstochen ich weiß, der war auch schnell als ich ich hätt' mich sonst erschossen ich wollte eigentlich wieder dahin oh, da vorne stand der vorne auch nicht der hat auch gemacht uah das ist wieder mal nicht alleine aha ja, und so dein Katana-Typ steht auch nicht äh, hallo das ist nichts gegen äh, drei Leute und einer dachte oh, der hat mich sogar gerestet, Digga der hatte ich echt gerestet ja, Mann und ich hab da einen Instant Headshot an den anderen äh, Rasini von euch verdreht wieso wieso hab ich die wieso hab ich die Nahkampfwaffe auf einmal in der Hand aber hast du den Queen Scope gesehen? wär der jetzt so in den Kopf gegangen wär der so fein gewesen hast du gesehen wie ich einfach die Nahkampfwaffe auf einmal in der Hand hatte ja ja ohne Grund ja ne det is here the question ja wow ist klar ja wow jetzt wirf noch mal mein Gott, er wirf einfach nicht ich hab hundert mal Q gedrückt da er diesen scheiß heartbeat wirft und er wirft einfach nicht Könnt ihr den Typen da links mal töten? Ja da rennt schon einer zu dir. Ah da sieht er die Aura. War egal. Was ist denn noch was gegeben, ja. Ja komm schon mitjumpen. Stimmt, das ist ja die Station hier. Da kann ich nicht, dass sie da nicht stehen. Was? You should defend the bomb bro. Defend doch die Bombe, wenn ich euch auf ihn ziehe, oder? Oder der geht. Ja du geht noch wieder. Ich treff ihn nicht. Chaos Zone der geht mir richtig auf ihn. Treff ihn halt nicht, das ist mein einziges Problem. Der 2nd Detonator zurück. Keep it up. They have the 2nd Detonator. Stop them. Stirbt einfach nicht. Der Krill Trader macht dich mal in den Durchstauern. In der riesigen Station. Stirbt einfach gar nicht. Stirbt einfach nicht. Dann kriegt ihr ein Kugeln. Bastard alter. Denkt ihr legt euch jetzt so einfach so mit mir an. Ja. Obwohl ich hier nur ein Sniper bin, my boy. Mach ich Schaden. da wart ihr einfach alle zum richtigen zeitpunkt tot ja ich war einfach direkt aber wie gehabt wir sehen uns nach der pause wieder